Ich hoffe, es gibt noch keine Priester auf der dunklen Wasser. Ich fand diesen Rosenkreuz in einer der Zellen im Keller des Riverside Instituts. Eine solche Abbildung der Jungfrau habe ich noch nie gesehen. Dingsus! Ich glaube, wir warten jetzt mal, bis der wieder hier vorbeiläuft, oder? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, er mal in der Nase juckt. Und ich trinke jetzt erst mal Tee. Ah, da kommt er. Okay, geht er an mir vorbei? Dingsus, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das Schwede. Das Schwede. Ich habe den Überblick verloren, wo ich bin. Ah, ich bin hier, okay. Die zwei Wachen muss ich ablenken. Genau, von dem Zimmer komme ich nämlich. Die zwei Wachen muss ich ablenken. Ich könnte das Ding hier anschalten. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Ein Schrank. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. So, ich muss mich nur irgendwie ablenken. Den habe ich gar nicht gesehen. Ist ja doof. Kann ich nicht nach hinten gucken, ob die mir hinterher kamen, oder nicht? Ja, der geht wieder zurück. Ich muss bestimmt den Stuhl betätigen, oder? Willst du es nicht ausprobieren? Ich muss erst mal alles erkunden. Das Ziel ist es, erst mal alles rauszufinden. Mindestens da, wo ich hinkomme. Das ist ein Schicks Gutes. Wo kam ich denn jetzt? Ich wollte da rein, stimmt. Ach, das ist glaube ich hier, gell? Du, ja, du da. Die Klappe. Ich weiß nicht, was du machst. Was willst du? Sleep. Das ist alles. Sleep? Du willst nicht weg? Nein. Habt ihr gesehen, dass die Stuhl bräuchst? Ich bin gut hier. Nur für einen Problem. Du willst schlafen, oder? Ja. Und in exchange, kann ich ein Geräusch machen. Ein Geräusch machen. Du hast die Schäuze in deinem Haus, um mich zu schlafen. Also, du in? Findet etwas, um mich zu schlafen. Und ich mache die Schäuze für dich. Ist das Geräusch, das disturbt dich? Nein, das sind die Schäuze. Wir haben sie alle hier. Das ist das, was uns aufwacht. Und danach gibt es keinen Weg, um wieder zu schlafen zu schlafen. Ich finde dir einige Pils. Geh, schau in die Schäuze. Es müssen schlafen Pils da sein. Aber wo ist der Lagerraum? Das war ja schief. Jetzt nicht lang. Da ist eine Wache, die ist fix. Ist das Büro? Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von drei Büchern und ist das Hauptnachschlagewerk jedes erfahrenen Medizines. Er enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der großen medizinischen Universitäten gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden ist ungewöhnlich. So ein Geheimnis. Ich weiß gar nicht wofür, ja. Voll geil, der hat schon Ideen und ich weiß noch nicht mehr wofür. Das ist Exit, da muss ich... Oh. 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 Der grönen Gas verlässt von hier und spürt über das ganze Geburt. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht? Besteht die Gefahr einer Explosion? Es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, hier abzuhauen. Ein Wachstum. Es ist unmöglich, diese Klinik mit meinen hohen Händen zu brechen. Jetzt zum nächsten Schritt. Perfekt. Ja, ob das eine gute Idee ist, mit dir hier durchzulaufen? Du kriegst auch Panik in so engen Räumen. Tisch. Erstmal die Kette abmachen. Ist hier irgendwo eine Möglichkeit, wo ich mich verstecken konnte? Ich glaube, ein Flur wäre. Fehlt noch eins. Es fehlt noch ein Rad. Das ist ein Rad. Ja, mir fehlt aber noch ein Rädchen. Vielleicht müssen wir sowieso mehrere Ablenkungen machen, das kann natürlich auch sein. Er geht jetzt wieder da rein, weiß aber nicht, wo er wieder rauskommt. Er kennt seine Route nicht. Meine Nachbarn tun wieder, staubsaugen. Ich glaube, wir müssen dich da gehen. Oh, fuck. Doof gelaufen. Ich weiß halt nicht. Der läuft auf jeden Fall draußen auch rum. Jetzt. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt nur aufgrund von mir jetzt hier rauskam. Wie ist da eine Route? Okay, okay, okay. Der geht immer raus und rein. Und jetzt wieder. Hier. Okay, der geht immer rein. Guckt einmal kurz und geht dann, glaube ich, wieder raus, gell? Geht nach rechts. Nicht so viel Zeit, um hier alles durchzugucken. Okay, wir gucken jetzt erstmal in Ruhe hier. Aber es scheint nicht so zu sein, jetzt gäbe es hier irgendwas. Stimmt, der Abo, der patrouilliert. Aber der ist ja ziemlich lange weg. Das heißt, sobald er jetzt rausgeht, gehen wir gucken. Aber ich bin schon wieder eine Stunde am Aufnehmen. Und dann. Wird aber nicht so aus, dass es wäre hier irgendwo. Ah! Ich weiß, dass er jeden Moment eh wiederkommt. Dann gehen wir nach rechts. Und da gibt es nichts. Auch gut. Aber wir gucken mal, was da auf der anderen Seite ist. Aber erst wenn er rausgeht, weil das ist mir zu. Das kann ich jetzt rauszugehen. Er guckt sich zwar, glaube ich, das Regal hier vorne an, aber die Zeit ist einfach viel zu knapp. Aber wir haben das zweite Rad, das heißt, wir könnten jetzt zumindestens Feuer legen. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich nicht. Opium? Nichts, aber gemeinsame Drogen. Don't... My new friend's sleeping pills. Das gewaltige Werk eines Adeligen aus einer langen Linie von Ärzten führte zu dieser Enzyklopädie der Medizin des vergangenen Jahrhunderts. Dieses Werk ist vollständiger als ältere Arbeiten und führt auch im Detail einige Methoden aus Asien und Afrika auf. Gut, wenn du sagst, kommt wieder. Wir wissen ja, da geht zuerst links rum. So, das heißt, wir müssten jetzt nur noch in die Küche, da waren wir noch nicht drin. Irgendwie zwischenspeichern, Leute. Wäre voll cool. Da kommt jetzt raus. Ja. Woher komme ich denn in die Küche? Läuft da lang, dann läuft er da rein. Mal den Weg von dem ein bisschen merken, dann kommt er wieder raus. Kommt kurz raus. Geht hier vorne hin. Ja. 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 Na ja. Ich muss ihn irgendwie hinterher, wenn er von hier nach da rein geht. Komm, du bist so nah. dann seine runde in der küche und ich kann mich hinter verstecken geht dann seine runde da als ich könnte mich da hinten verstecken und da mal gucken was da gibt dauert ein bisschen aber das müsste dann wirklich der letzte raum eigentlich sein wo wir noch lang laufen dann müssten wir alles eingesammelt haben gehen wir erst mal zu dem typen dem trau ich eigentlich nicht probiere es erstmal mit dem stu ach ja dann muss erst mal darum gehen ich kann die tür von jeder seite aus öffnen bestimmt hinten wo der patrouilliert das ist doch die ganze zeit so immer da wo die patrouillieren ist irgendwas versteckt aber was könnte dahinten sein ich versuche jetzt mal die tür zu öffnen dann hätten wir die tür schon mal wenigstens wenn es geklappt nein es geht jetzt raus müsste ich ihm leicht irgendwie versuchen zu folgen wenn er rein geht oder oder die chance nutzen wenn er raus geht ob ich nutze die chance wenn er raus geht versuche mich jetzt da hinten irgendwo zu verstecken ich möchte den ecken verstecken Think we got a walker! You there! This way! Okay. Anybody around here? Show yourself! I believe that he doesn't follow me anymore, right? This view there, man. Yeah, I don't know how I come to the kitchen. He's already there. How should I please come to the kitchen? What do I need from the kitchen? Actually nothing. Not that I know at least at the moment. Okay. 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 Guys! Jetzt die Frage, was mache ich? Lenk ich die damit ab? Lass ich den Typen die Arbeit erledigen? Wo war er, nochmal hier, gell? Probier's vielleicht mal mit diesem Typen. Ich habe das, was du willst. Show me! Da! Und erinnere dich, sie kommen nicht für frei. Nicht Angst, du hast deine Diversion. Geh jetzt, geh dich selbst. Die Kröhe, sie sind überall! Mach sie weg! Untertitelung des ZDF, 2020